Hallo Leute und herzlich willkommen zum Let's Play Donkey Kong Country 3, wieder zurück. Jetzt habe ich gar nicht mein normales, abspastendes Hallo gesagt, was ich sonst immer mache. Hallo! Hallo! Genau das. Ja, wir haben jetzt letztes Mal Coindoser Collision geschafft anscheinend. Geil. Was war das mit den Coindosern? Also mit diesen Viechern, die immer losdrehen. Ja, Spiel. Gut, wir haben jetzt Pille-Palle-Pipeline. Ach die Scheiße. Da haben wir doch nicht schon angefangen damit? Wir haben nur noch ein Leben, ein Null-Leben, glaube ich, du hast gesehen. Geil. Ich glaube, wir haben ja schon was gemacht. Ich bin mir nicht sicher. Ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern, dass wir was mit den Fossilien hatten. Gibt es noch mehr Level von so einer Art? Nicht wirklich, nein. Oh. Denk dran, nach links drücken, um nach rechts zu kommen. Ja, ja. Ich muss mich sowieso jetzt erstmal wieder daran gewöhnen, sowas hier zu spielen. Das ist schon viel zu lange her. Ja, es hat eine Weile gewesen. Es hat been a while, ja. Ich wollte gerade auch irgendwie Englisch auf Deutsch ummünzen. Keine Ahnung, ging nicht. So, was wollte ich sagen. Genau, wir haben, das ist noch ganz weit her, wo wir aufgenommen haben. Zumindest schon mal so vier Wochen oder sowas. So, was mit dem Dreh müsste es sein. Oder sechs Wochen, genau. Der Knopf klebt. Der Knopf klebt? Näh. Irgendwas ist darauf ausgekippt, meinte ich. Keine Ahnung. Wir sollten weiterspielen. Hm, ja. Glückwär, weil wir das Video haben, sonst würde es langweilig sein. Aber so geht das wohl. Ähm. Das ist widerlich, Mann. Komm her, kann doch irgendwie so schwer sein hier. Nein, gib mir das. Gib her und gib mir das hier und lass mich in Ruhe. Weißt du, ey. Das riecht so gut aus, so ein dreckiger Kerl hier, ey. Das geht gar nicht. Das ist doch die Schmutzbrust, du weißt? Ja, das ist doch die Schmutzbrust. Keine Ahnung, was du damit machst, ey. Fähnst du mir die Farbe von den Knöpfen, oder was? Ich empfehle dir gleich was anderes. Warten. Das sag ich jetzt nicht. Hast du da irgendwie eine Cola drauf? Oder hast du dagegen gewixt, oder was ist das hier? Das kann... Das kann natürlich sein. Ich bin mir nicht sicher, aber... Ich rieche mir jetzt natürlich nicht mehr. Ich kann auch um meine feuchten Tücher holen, oder so. Reicht das? Ja, ja. Kannst du mir jetzt bis wieder in der Lage zu spielen? Fühlst du dich willens und in der Lage, diese Hürde auf dich zu nehmen? Ich muss mich erst schön machen. So. Gut, spielen wir mal. Was wir eigentlich im Fun-Effung-Effung-Effung-Effung tun sollen, so. Uh, 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 uh. Ich bin ja so awesome, ey. Was ist hier oben? Ich will... Oh, scheiße, ich bin tot. Das haben wir schon mal ruhig. Im letzten Mal, glaube ich, extra deswegen gespeichert, damit wir, ähm, wenn es da nichts passieren kann, wenn das hier passiert. Oh, guck mal, wie traurig der. Guckt er so gut, so puh, 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 puh. Aber warum ist der so traurig? So. Ja, Dixie Kong, Double Travel? Ja, wir sind wirklich gestorben. So ist es. Ja, bei mir sind hier voll überall noch die Sachen eingestellt hier. Oh, ne, und Nieren. 75 Prozent. Bam. Speicherhöhe und jetzt haben wir wieder fünf Leben, oder was? Haben wir doch bestimmt, oder? Machen wir mal hier einen Safe State, damit wir uns nicht dauernd diesen Game-Over-Screen angucken sollen. Machen wir mal ganz kurz einen Test, ob die Aufnahme geworden ist. Gut, bis gleich. So, scheint alles in Ordnung zu sein. Wir haben gerade nochmal die Aufnahme getestet, ob das alles in Ordnung ist. Jetzt geht los. Und jetzt wieder los. So, wir haben wieder fünf Leben. Die können wir jetzt verschleudern. Oh, okay. Bin ich da nicht eben gerade auch schon dran gestorben? Ähm, ja. Tschüss. Ähm, ja. Ja. Aber hier ging das vorhin nicht so schnell. Da hat es irgendwie gedauert. Da ist nichts. Ich glaube, ich will auch gar nicht wissen, ob da noch irgendwas war. Da war doch nichts. Du bist doch gerade hin gewesen. Ja, vielleicht ist da irgendwie ein verstecktes... Ich würde eher sagen, da ist was. Was? Da sieht ziemlich ganz krass noch was aus. Oh, ja. Aber ich weiß jetzt nicht, ob wir den schon gemacht haben. Ich weiß nicht, ob ich nicht aus dem Luft... Bah, man, wir müssen mal den mal mit dem Dreck hier... Da ist irgendeine Scheiße drin. Ich habe damit letztens noch gespielt, da war das Ding 1A. Zeig mal her. Ich will wissen, wie sich das anfühlt. Ich kann dir nichts helfen. Ich habe das letzte Mal gespielt, nur damit. Da war doch alles super, wie original. Oben kannst du mal in die Bonusrunde, wenn du willst. Ich weiß aber nicht, ob wir die schon gemacht haben. Okay. Ich habe Bock zu sterben. Das Ding ist, wenn man aus dem Wasser geht, dann wechselt sofort die Richtung wieder um. Und man muss sie wieder komplett umorientieren. Ich habe keinen Mundgeruch. Ich habe keinen Mundgeruch. Wo soll ich denn jetzt Mundgeruch hier haben? Ich kann es nicht. Du kannst Mundgeruch haben, weil du jetzt Fisch gefressen hast. Will ich doch nicht. So, hier oben ist nur diese Dinge. Okay, gut, dann gehen wir runter. Wir sind jetzt schon mal weitergekommen, das letzte Mal. Jetzt weiß ich nicht, wenn wir diese Bonusrunde da probieren, und die jetzt erst nicht schaffen und dann endlich packen und dann mitkriegen, dass wir die schon gemacht haben, dann kriege ich ein Herpes an der Eier. Das kannst du gar nicht glauben. So, wir gehen mal durch da. Hier auch. Und hier. Na, das gibt es doch nicht. Direkt vor dem Bonusrunde, damit ich es auch nicht probieren darf, sondern sie wieder. Wie sie jetzt immer riecht. Jetzt hätten die Katzen drauf gepisst, ey. Du hättest ja einfach durchgehen können, eben gerade. Jetzt direkt nach rechts gedrückt, weil es doch noch alles in der Zeit, wo du nicht getroffen werden kannst. So. Probieren wir das nochmal. So. Okay. Ja, die Frau trinkt aus seiner Nuckelflasche. Das ist absolut richtig. Tragt nicht. Er hat einen Babyfetisch. Ich muss. Das stimmt gar nicht. Doch. Ich hab's mir nur gewünscht. Das stimmt auch nicht. Glauben das. Du musst ein vorsichtig sein, mit mir hier sagen. Die Leute, ey. Die glauben jeden Kack. Richtig so. Der hoch und runter ist, glaube ich, nicht vertauscht, ne? Nein. Genau. Trotzdem denkt man das im Moment. Wir haben sie tatsächlich schon geholt. Gut. Soll heißen, der konnte uns diese Scheiße sparen. Ich war mir nicht mehr sicher, Mensch. Du warst ja auch nicht sicher. Ich kann mich erinnern, dass wir es schon mal probiert hatten, aber ich weiß nicht mehr, wie lange und wie weit. Es hat, wie gesagt, ein bisschen her. So. Guck mal, was hier ist. Nix. Das ist ja... Strange. Strange. So. Okay. So. Da geht's hoch. Und da ist Sackgasse. Okay. Wir haben ganz viele Bärenmünze. Wir sollten mal wieder welche ausgeben. Ich muss nicht wachhalten. Das ist ja auch so ein bisschen scheiße. Wenn du zu müde bist, müssen wir jetzt nicht weiter aufnehmen, Schnauf. Doch. Eine Folge würde ich mir das nicht hören, Juni. Okay. Eine Folge kriegen wir mal hin. Wir haben vorhin aber schon, äh... vier Minuten aufgenommen. Das heißt, wir brauchen jetzt gar nicht mehr so lange. Äh. Das... Äh. 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 Ein bisschen hätte man noch schaffen können. Die ganze Zeit noch auf diese ganze kleine Mini-Kamera, die mir angezeigt wird, hier, dass die Kamera läuft. So kleine Test-Ding halt, ja. Also wir wissen, okay, die Kamera läuft. Das ist alles, was wir darin sehen. Aber sie versucht trotzdem noch, sich da drin selbst zu betrachten, wie in einem Spiegel. Spiegel habe ich hier. Ich mag mich halt. Mhm. Ich mag mich auch, aber ich muss mich deswegen trotzdem nicht die ganze Zeit selbst betrachten. So. Wir gehen trotzdem natürlich in die Bonusrunde, um uns den... Enga... Enguade, genau. Anga zu holen. So. Ich bin viel zu eitel für diese scheiß Welt. Du bist ein bisschen eitel? Ich bin auch ein bisschen eitel, aber ich übertreibe es nicht. Ich bin ein bisschen eiter. Das stimmt. Und... Mmh... Lecker, alter. Bläschen aus... Pumpen. Pumpen, drücken, pusten. Kleine Pumpen. Du, mit so... So. Mmh, alter. Mmh. So ein bisschen... Nicht nur ein bisschen eiter, sie ist auch ein bisschen attter hier. Also... Keine Ahnung. Die trinkt das ganze Ding leer, so, wie es ist. Die nimmt das mit ins Bett. Aber ich habe auch eine. Wollte gerade sagen, ey. Hier? Ich habe auch eine. Ich habe sie schon leer. Die saugt halt besser. Eigentlich sollte sie das besser können, aber nein, eigentlich stimmt das nicht. Sie ist ihre zweite Flasche. Spaß, Mann! So. Nein, das ist ihre zweite Flasche. Moment mal. Wieso Spaß? Heißt, dass sie ist auch nicht gut? Ja, aber du hast mich gehauen. Was soll ich denn sagen? Doch, tust du. Ähm... Ich bin Kornhulio. Ich brauche Piccata. Piccata für meinen Arschloch. Wieso holen die ab und kommen nicht wieder? Wenn ich sterbe, ist das Spiel direkt vorbei, weil sie danach auch sterben wird. Junge, da gebe ich Ärger am Bett. Nee. Du hast ja gerade bewiesen. Wie lange hast du gelebt? Zwei Sekunden? Hm. Äh. Man gewöhnt sich an diese komische Steuerung, aber sie ist schon sehr strahlend. Die Bundesrunde ist gerade noch am Anfang so gesetzt, wo man das erste Mal den Fisch spielt, so noch gar nicht dran gewöhnt ist. Das ist wahrscheinlich intentional. Ach Gott, ich kann ja schwimmen. Ach Gott, ey. Ich setze die voll auf dem Boden. Hier ist das N. Das kann ich diesmal liegen lassen, wo ich weiterkomme, ist klar. Ich hoffe, das war die einzige Bonusrunde, die hier war, ey. Ich habe ehrlich gesagt keinen Bock, dieses Level länger aufzudrösen, als notwendig. Aber mittlerweile habe ich mich ein bisschen dran gewöhnt, muss ich zugeben. Dann kommt das wohl ganz gut klar. So. Okay. Gut. Wenn du irgendwo die Idee hättest, wo ein Bonuslevel sein kann, sag mir das, ne? Ja, ja. Ja, ja. Das ist schön. Ähm. Ich gebe wahrscheinlich gleich ab. Ja. Ich denke mal, links ist was, oder? Oder rechts? Ich denke, links. Oder? Ja, es sieht so aus. Ich bin so cool. Findest du dich auch? Mhm. Also wir haben einfach die Folge fertig, wahrscheinlich sogar mehr als eine Folge. Aber wir haben schon mal die Hälfte erreicht. Okay, das wollte ich nur wissen gerade. Damit können wir die Folge eigentlich auch beenden. Du bist eh mühe. Du sagst nicht mehr viel. Und wir haben einfach viel zu lang gebraucht, um das Ganze erst mal abzusetten hier, damit das losgehen kann. Und, naja. Jetzt sind wir müde und gehen schlafen. Wer bin ich? Wer bin ich? Mein Name, oder? Ja! Ich habe meinen Penis. Was? Tschüss. Ein Bier in Zucht? Ja. Okay. Willst du Tschüss sagen? Tschüss. Ja, soll ich auch aufhören? Ja. Okay, Tschüss!